Leute, ohne Scheiß, das geht über mehrere Etagen, dass wir die finden müssen, ne? Echt? Hä? Oh mein Gott, man kommt nach oben? Ja, und dann geht's nochmal nach oben. Und dann geht's... Okay, dann geht's nicht mehr nach oben. Alter, wie seid ihr in den Kürbischhop reingekommen? Ganz oben, die Etage. Ja, ich hab doch... Ich hab doch den Hebel gefunden und den Knopf. Ja, er... Leute, kommt der dann auch von unten, Leute? Ohne Scheiß, siehst du irgendwo rote Wolle? Ja, gefunden. Wo denn? Boah, dieses... Boah, das ist asozial. War das in der Kiste drin? Ja. Ein Gebäude voller Wolle, ne? Das ist... Schau nach der roten Wolle und mach sie kaputt. Bam. Hab ich kaputt gemacht. Ich hab nicht mal die rote Wolle gesehen, wo ich draufstand. Okay, Pater... Drei... Jetzt... Ja, jetzt brauchen wir den Lieber, nicht den Button. Ist jetzt auch egal, jetzt bringen wir den Button da an. Ja, ne, wir haben doch den... Der war hier drin. Ja, hier sollst du jetzt aber den Dingens... Einfach mal kaputt machen. Not the Button. Kannst du nicht lesen. Leute, bei mir ist ein... Ach so. Leute, bei mir ist gerade ein Anzeigefehler. Bei mir ist... Leute, bei mir geht nur die halbe Tür auf. So, jetzt geht die ganze... Ich wär auch durchgekommen, aber trotzdem. So, wartet jetzt mal kurz auf mich. Ich komm jetzt in diesen Kürbisraum. Sehr schön. Dann gehst du da nach unten. Mhm. Aber wartet mal bitte eben und nicht weiterspielen. Ach so, okay. Loll, das ist ja mies mit Optifine. Das stell ich, glaub ich, gleich aus. Wir springen auch nicht weiter. So. Ich kann einfach mal ihn hinterher, falls er den richtigen Blick findet. Ah. In das... In den Shop rein. Ja. Und dann... In die Tür. Alter, wo sind wir hier? Musst weiter. Oh, da ist ein Glas... Äh, Dings. Was war da drin? Äh, Hiebel. Ah, sehr schön. Ach nee, ein Glaslabyrinth jetzt wirklich. Wir sind schon durch. Aber zu welcher Tür müssen wir? Zu der Holztür, wo sonst? Wofür ist dann der Hebel? Ja, für die nächste Tür. Ja, stimmt. Das kann natürlich sein. Leute, ich glaub, wir sind hier total falsch. Na ja, da... Ich glaub, wir müssen jetzt hier... Gut, dass ich keinen Optifine drin hab. Ich kann das auch ausstellen. Ähm, ihr wisst, dass es eine zweite Etage gibt, ja? Ja. Ja, da waren wir doch gerade. Da haben wir den Hebel hergeholt. Ich hab das komische Gefühl, da müssen wir auch wieder hin, ne? Ja, das Gefühl hab ich gerade auch, deshalb. Okay, dann mal go, go. One, bitch, one. Das wär natürlich asozial jetzt, ne? Ja, hier geht's... Och, ach du Scheiß, ich steh jetzt erstmal... Ach du Scheiß, ich seh gar nichts hier. Hä, wo kommt man denn hier weiter? Option, Grafikeinstellungen, Performance... Du hast Optifine drin, ne? Ja. Das ist asozial. Hä, wo kommt man denn hier weiter? Achso, okay, ach... Äh, wie heißt denn das für Glas? Nee, äh, der Eingang ist in der ersten Etage. Ich hab, ich seh's gerade. Ja, das weiß ich auch, aber man kommt von oben da nicht hin. Du hast gerade Glas kaputt gemacht. Hab ich nicht mit Absicht gemacht. Ich hab auch nur einen Glock. Zerstört. Ich komm nicht mal bis zu euch, aber doch da. Ich lauf jetzt einfach hier an... Ich seh hier nichts, ich geh jetzt einfach so durch. Leute, ihr müsst bis nach hier hinten zur zweiten Treppe. Hier geht's auch wieder eine Treppe runter. Und hierüber kommt der wahrscheinlich zum Ausgang. Ja, genau. Ich würd denn erstmal bis da kommen können. Optifine ist voll für'n Arsch. Jupp, ich bin an der Tür. Jo, wir haben einen Knopf gekriegt. Ja. Aber da dürfen wir keinen Knopf heranmachen. Ich weiß. Du musst... Ich war, du not use your button. Ja. Dann nehmen wir halt den. Ohne Scheiße, ich hab grad durch Optifine voll den fetten Nachteil, ne? Ach komm, teleportier dich zu uns. Nein. Und du teleportierst mich auch nicht. Weil ich doch, wenn zwei Leute es geschafft haben. Nein. Ich hab den Weg ja jetzt. Jetzt gehen wir in Krusty Burger. Warte, was steht da? Look for the lava bucket and pull the lava at the stone in the middle. Then you can pass this challenge. Was? Was? Trollt mich doch auch noch, ey. Den lava einmal. Okay. In die Mitte. In welchem Mitte? Ah, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Sehr schön. Kann ich den Wasser kochen? Wir machen noch mal den Ehe auf. Ja, wir nehmen auf, aber ist nicht schlimm. Ja, ja, er ist nicht schlimm. Ich mute mich mal eben, ja. Wie lange? Okay. Weiß ich. Oh, Junge, ich hab's geschafft. Oh, endlich. Alter. Ja, ist klar. Rind weiter ohne mich. Ich hatte mehr Jump erwartet irgendwie, ne? Ja, hier gibt's, ja, ein kleines Jump. Naja, es ist. Jetzt find ich jetzt irgendwie schade. Okay, ihr seid schon in Krusty's drin. Look for the lava bucket and pour the lava at the stone in the middle. Then you can park in this challenge. Oh, da hat einer auch gern gemacht. Guck mal, wo ich bin. Tja, und ich hab den Hebel. Hups. Danke für den Hebel. Äh, ich korrigiere, du hattest mal einen Hebel. Ja, will ich auch so sagen. Alter, warum hast du grad den Hebel eigentlich? Weiß ich nicht. Das war ja mal richtig geil. Aber da ist es auf jeden Fall falsch. Oh, Leute, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich auch. Ich seh das ja jetzt erst, ey. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Geht's hier auch wieder runter? Ne, na, super. Ich weiß trotzdem, wie ich da hinkomme. Ach, fickt euch doch. Wie komm ich da hoch? Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ja, geht doch. Ah, ne, da ist Glas. Das sehe ich ja durch Optifine nicht. Okay, da ist also das Glas. Gut zu wissen. Wer macht da schon wieder Glas kaputt? Lol, das ist ja mal asozial. Hi. Bin wieder da. Hast du grad die Geschichte mit dem Beaver gehört? Nein. Zu geil. Hör auf, dir da Glowstone hinzubauen. Äh, das Wasser ist falsch, vermute ich mal. Aber man kommt da nicht anders hin. Ehrlich nicht. Das ist nicht machbar. Das ist nicht machbar, über das Glas darüber zu springen. Die Sprünge sind nicht machbar. Also, eher gesagt, die schon. Aber du kommst von dem nicht bis da. Der Sprung ist nicht machbar. Der ist zu weit. Viel zu weit. Ich hab noch einen Button. Man ist nicht einfach aus der Map raus. Oh man, nein. Also, das dürfen wir jetzt mal überspringen, weil das ist jetzt nicht schwierig. Es wäre nicht schwierig gewesen. Schau mal, man kann nicht einfach so aus der Map raus. Lol. Wirklich? Ja, guck einfach so und dann kannst du hier durch die ganze Map laufen. Darfst du aber nicht. Steht in den Regeln. Ja, aber dann soll man sowas vermeiden, sowas zu bauen. Ja, das ist echt so. Ja, aber hey. In unserem letzten Adventure Mips da stand nicht, dass man keine Abkürzung benutzen soll. Alter, was ist noch die Abkürzung? Ich hätte über die gesamte Map abkürzen können. Alle Challenges. Das war so geil, ne? Äh, aber wir haben den Lieber nicht für die Tür. Hä, doch, den hat Dings. Ja, den hab ich vorhin gesnackt. Was gibt ihr mir? So, dann setz dir mal da. Ich will deinen Bogen und deine Pfeile. Warte, ja. Ich hab... Ja, warte. Hier wird erstmal hart gehandelt. Jetzt setz den scheiß Lieber an die Tür, verdammt. Ja, gib mir schön eure Sachen. Jetzt setz den scheiß Lieber an. Jetzt hab ich die... Ja, jetzt hab ich die Pfeile nicht gekriegt. Tut mir leid. Gib mir alle die Pfeile und ich... Ähm, ja, ich mach das dann. Ich glaub, ich werd die nicht aufsammeln, oder? So richtig? Ich hab keine gekriegt. Warte. So, ey, einer von euch geht's mal kurz. Weg, ein Stück. Sehr schön, danke. Und weiter geht's. Erstmal mit Lieber handeln. Ey, aber ich find die Sachen ja eigentlich recht gut. Oh mein Gott, da gibt's... Cool gemacht. Okay. Was? Ach komm, wir gehen mal rein, nicht ausmachen. Was ist das denn? All boxes empty, exposed. Spicky markt. The last room. Was müssen die hier machen? Nein, das, was wir schon die ganze Zeit machen. Lieber suchen. Ich hab's Gefühl, der verarscht ist. Das Gefühl hab ich schon seit Jahren. Dass du mich verarscht. Hab ich. Hast du den? Ja. Servus, Trudeln. Aber ich hab auch noch... Part 5, Duff Station. New Sleaver for the E-Storm. Geht. Ja, ja, Duff. Oh, yeah. Duff Stadium. Oh, yeah. Jetzt kommt's in richtig fette Spunk Challenge. Wett nach. Das wär geil, aber ich glaub leider nicht. Nein, es kommt ein Hindernis-Bug. Warning, press the button and start to warning. Welcher button? Ach so. Alter! Nee, du kleiner Fischkopf. Wir haben noch nicht können, er hat mich geschlagen. Hab ich es nicht geschafft? Nein. Oh, mein Gott. Ja, was ist denn los? Ja, vielleicht weil ich von so ein paar Lappen geschlagen wurde. Ja, der Typ hat mich hier auch geschlagen. Okay. Hallo, der hat uns geschlagen. Was? Welcher Button schon wieder? Nein! Ach so, start to warning. Ach so. Fickt euch doch. Das ist ja mal richtig, Asi. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Das schaff ich. 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 Ey, hier sind Schleimbälle. Oh, ich hab im Abgang gemacht. Weitsprünge kann ich nicht. Ich spring immer zu früh ab.